Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um Potenzen mit gleicher Basis multiplizieren und dividieren. Hier im grünen Kästchen habt ihr ja schon gesehen, so wird eine Potenz ausgeschrieben. 2 ist die Basis, 3 ist hier der Exponent, also das was unten steht die Basis, das was oben steht der Exponent. Die Basis wird multipliziert und zwar so oft mit sich selbst, wie der Exponent angibt. Und jetzt seht ihr hier diese gelben Kärtchen, die gehören zusammen, das ist wie so ein Memoriespiel, immer zwei Kärtchen gehören zusammen. Und wenn man die grüne Regel anwendet, dann kommt man ganz leicht drauf, welche gelben Kärtchen zusammen gehören. Ich werde das euch jetzt zeigen. Als erstes schaue ich mir dieses Rechenkärtchen an, 2 hoch 4 mal 2 hoch 2. Hier wende ich jetzt einfach erstmal einen Trick an, ich weiß ja nicht, wie man das hier berechnet, das will ich ja erst rausfinden. Also schreibe ich die 2 hoch 4 als 2 mal 2 mal 2 mal 2, so wie wir das hier oben gelernt haben. Und die 2 hoch 2 kann ich ja dann mit einem Mal nach hinten dran setzen, nämlich Mal und jetzt 2 mal 2. Denn 2 hoch 2 ist das gleiche wie 2 mal 2. Jetzt habe ich diese Rechnung einfach ein bisschen anders geschrieben, die Potenzen ausgeschrieben. Und jetzt zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die 2. Das heißt, ich habe hier das gleiche stehen wie auf diesem Kärtchen. Das heißt, 2 hoch 4 mal 2 hoch 2 ergibt 2 hoch 6. Diese beiden gehören zusammen. Als nächstes schaue ich mir das hier an. Ich gehe wieder genauso vor. 2 hoch 2 ergibt 2 mal 2. 2 hoch 3 setze ich hinten dran mal 2 mal 2 mal 2. Das ergibt insgesamt 2 hoch 5. Das heißt, dieses Kärtchen passt hier dazu. Nächste Aufgabe, 2 hoch 3 geteilt durch 2 hoch 2. Ich rechne wieder 2 mal 2 mal 2 und jetzt geteilt durch 2 mal 2. Ich habe hier einen Bruchstrich genommen, weil ich das Geteiltzeichen durch einen Bruchstrich ersetzen darf. Wenn ich geteilt geschrieben hätte, hätte ich 2 mal 2 in Klammern setzen müssen, dass quasi der ganze hintere Teil dividiert wird. Deswegen mache ich das Ganze ohne Klammern und als Bruchstrich. Dann sieht man nämlich auch ganz einfach, was ich hier kürzen kann. Ich kann die 2 mit der 2 kürzen, die 2 mit der 2 kürzen. Dann bleibt oben eine 2 stehen und unten eine 1. Das ergibt also 2 hoch 1, also eine 2, die übrig bleibt. 2 Eintel wird es als Bruch stehen, aber 2 Eintel kann man auch als 2 hoch 1 schreiben. Die letzte Aufgabe ist dann schon klar, was zueinander passt. Aber warum, das sehen wir jetzt gleich. Hier steht 2 mal 2 im Zähler und im Nenner auch 2 mal 2. Wieder das Divisionszeichen wird durch einen Bruch ersetzt. Und dann ist auch klar, dass wenn ich beides oben und unten kürzen kann, dass oben eine 1 und unten eine 1 stehen bleibt. Jetzt wollen wir aber diesen Teil, wo wir ja ganz viel Zweier schreiben mussten, weglassen und versuchen direkt von diesem Ergebnis auf dieses Ergebnis zu kommen. Was muss ich machen, damit ich das hier weglassen kann? Wir schauen uns die Aufgabe an. 2 hoch 4 mal 2 hoch 2. Wie komme ich ohne diesen Zwischenschritt auf 2 hoch 6? Habt ihr bestimmt erkannt, ich kann hier die Exponenten addieren. Wenn ich also hier statt auszuschreiben einfach schreibe 2 hoch 4 plus 2, dann kommt genau das gleiche raus. Prüfen wir das Ganze, ob es hier auch funktioniert. Ich lasse also die ausgeschriebenen Zweier weg und schreibe 2 hoch 2 plus 3. Also ich addiere die Exponenten. Dann kommt heraus 2 hoch 5. Und tatsächlich ist das eine Regel, die immer gilt. Wenn die Basis gleich ist, also ich habe das hier mit einem Buchstaben, nämlich einem a gekennzeichnet. Hier ist die Basis a und hier ist die Basis a. Dann kann ich Potenzen miteinander multiplizieren, indem ich den Exponenten addiere. Also statt a hoch m mal a hoch n kann ich rechnen a hoch m plus n. Das ist die allgemeine Formel und das ist das gleiche, was hier steht. Hier war das a der Zweier und das m der Vierer, das n der Zweier. Und so konnte ich rechnen 2 hoch 4 plus 2, a hoch m plus n. Schaue ich mir diese Regel hier mal etwas genauer an. Wie komme ich denn von 2 hoch 3 geteilt durch 2 hoch 2 direkt auf 2 hoch 1? Nun, da geht es natürlich in die andere Richtung. Ich kann wieder diesen Teil weglassen, indem ich einfach die Exponenten subtrahiere. 2 hoch 3 minus 2. Auch hier gilt dann natürlich diese Regel. Wenn ich Potenzen mit gleicher Basis dividiere, dann lasse ich die Basis gleich und subtrahiere die Exponenten. Auch hier gilt das. 2 hoch 2 minus 2 kann ich hier schreiben. Gut, wie komme ich jetzt hier auf 1? Denn 2 hoch 2 minus 2 ergibt ja eigentlich 2 hoch 0. Aber das ist eben exakt 1. 2 hoch 0 gleich 1. Das heißt, wir haben diese beiden Regeln, wenn wir multiplizieren und dividieren. Und wir haben als Drittes noch kennengelernt, dass irgendeine Basis hoch 0 immer 1 ergibt. Aber das wusstet ihr ja schon aus der 5. Klasse. Jetzt schreiben wir hier noch dazu, dass a immer Element von allen rationalen Zahlen sein muss. Aber es darf eben a nicht die 0 sein. 0 hoch irgendwas. Das wäre unvernünftig, spätestens hier, wenn man dividiert. Und m und n, also die Exponenten, die legen wir fest. Die sollen Element für die ganzen, aus den ganzen Zahlen sein. Also minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, 3. Heute haben wir also kennengelernt, wie man Potenzen multiplizieren und dividieren kann. Vorsicht! Diese Gesetze, die wir kennengelernt haben, gelten nur bei gleicher Basis und beim Multiplizieren und Dividieren. Ist die Basis unterschiedlich, beziehungsweise geht es ums Addieren und Subtrahieren, dann gelten diese Gesetze nicht. Jetzt noch viel Spaß in der nächsten Mathestunde. Tschüss! Tschüss!